Und da lasse ich auch nicht mit mitdiskutieren. Ich weiß nicht, wo ihr nicht gerne seid. Ich bin sehr ungern in Ungarn. Das muss erst mal sacken. Aber ganz geil, ne? Ich bin diese ständige Wortspülerei leid. Dieses permanente Schein oder Nicht-Schein von ausgefuchsten Dummbergern als besserwissigstes guten Geschmacks. Witzig-schwitziges als für Eton-Fäkalie, ausgegossen von überzeugenden Wegsehern und falschen Hinguckern. Schon am Morgen. Die Schlagzeilen als Prügelstrafe für alle Halbinformierten auf dem Weg in den Sommerurlaub. Die Reise nach Jerusalem funktioniert nach diesen Bedingungen eh nur noch als veritabler Stuhlgang. Ich weiß ja, Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destillat. Und ich bin danach immer dösig, desolat. Aber einen unter den Durst trinken, geht ja auch nicht. Ich finde es übrigens toll, dass ihr euch das alles anhaltet. Super. Wochenendseminar für den Team Spirit Teil 2. Benchmark- und Bindungsängste im Peergroup-Kontinuum. Danach gemeinsamer Saunabesuch mit anschließendem Absturz an der Hotelbahn. Selbstverständlich unter verdutztem Dutzzwang und lockerem Dresscode die ganze Casual-Kacke, you know. Küsschen links, Küsschen rechts. Am Ende des Tages macht alles Sinn und mich die Praktikantin an. Auf der Rückfahrt im ICE nach Stuttgart, die Klimaanlage fällt aus und mir schon lange nichts mehr ein. Draußen kocht der Asphalt und da ist es kein Wunder, dass die Stimmung unter den erhitzten Gemütern langsam frostig wird.